Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forth Unterbelagerung. In der letzten Folge haben wir den Angriff der Mongolen in einen Angriff gegen die Mongolen umgewandelt. Jetzt machen wir weiter mit Aufstieg, Niedergang und Aufstieg des Wunders. Nachdem der erste Angriff der Mongolen zurückgeschlagen wurde, setzt der Kaiser zu einem Gegengang gefahren. Als Geste ist... Boah, meine Güte. Nochmal. Nachdem der erste Angriff der Mongolen zurückgeschlagen wurde, setzt der Kaiser zu einem Gegengang gefahren. Als Geste ist... Trotz ist, schlägt er vor, dass sie unter der Drohung eines weiteren Angriffs der Mongolen ein Wunder errichten. Doch leider machen die Orden der Mongolen ihre Aufgaben nicht gerade leicht, ganz zu schweigen von ihrer grässlich großen Burgen und Bergfrieden. Trotzdem denke ich, den Tag werden wir schon überlegen. Oder überstehen. Ja, schön, wenn du das denkst. Das ist jetzt genau das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ne? Wir haben jetzt auch aufgefallen, ich hätte die Dynastien vielleicht die Orientierungslosen nennen können. Er hätte auch gepasst. Ja, das ist die Stelle. Ah, ich bin so klug. Eine gründliche Untersuchung hat ergeben, dass das Wunder genau an dieser Stelle errichtet werden muss. Okay. Moment mal, wer hat das da heute hingestellt? Super. Das war vorher nicht da. Ach, diese verdammten Mongolen. Das könnte schwierig werden, wenn wir sie vielleicht höflich bitten würden. Äh, vielleicht besser nicht. Könnte das Wunder vielleicht woanders errichtet werden? Wie? Du meine Güte. Das Wunder muss an dieser Stelle errichtet werden. Natürlich. Ich schätze, sie müssen einfach nur die Mongolen entfernen. Das kann ich. Sie müssen auf fünf von denen da bauen. Bevor sie das Wunder errichten können. Alles klar. Die vorletzte Mission, glaube ich, ne? Das ist alles unter der Gefahr eines Angriffs der Mongolen. Viel Glück. Sie und der Kaiser müssen um jeden Preis überleben. Wo ist der Kaiser denn? Sie müssen die Festung der Mongolen zerstören. Sammeln sie genügend Orte. Sie ist ein, um mein Wunder zu richten. Errichten sie das Wunder auf der Schadritte der Mongolenfestung. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Wie mein, analog ist ausgegangen. Wie geht das denn? Haltenzeiten, wo der analog nur ausgehen kann. Meine Güte. So, wo sind die denn? Die sind da. Und wir müssen da hin. Habe ich schon endlich Türme. Okay, irgendwie ist mein Controller dann am Rumschwanken. Geil, der hat mich schon mal an. Geile Aufnahme. So, analog geht nicht mehr aus, also muss das jetzt wichtig sein. Geil, der hat mich schon mal an. Ja, ein Hammer. So, da mach mal die Platz. Geil, der hat mich schon mal an. Und? Okay. Einmal habe ich getroffen. Geil, der hat mich schon mal an. Auf jeden Fall. Was zum... Das hat sehr viel Schmerz auf der Ausgabe. Aber wir können jetzt darum und darum bauen. Aber perfekter ist noch eins. Ja, ich sehe ja kein Kaiser. Der Kaiser ist eine Lüge. Und ich glaube, so nach 20 Minuten werde ich den Part einfach so schneiden. Weil, keine Ahnung, irgendwie will die Aufnahmen nicht so, wenn ich mitten im Part so hier schneide. Und, glaube ich, so in den vorletzten Part oder so gemerkt. Deswegen muss ich jetzt immer einen Schnitt machen, anstatt irgendwie lange Parts aufzunehmen und sie dann zu schneiden. Wie viel AP, meine Leute? Äh, die Richtung. Vielleicht gehen sie auf meinen Hauptcharakter sowieso als erstes. Okay, das war völlig daneben. Was zum Teufel lässt eine Miene wie ein Pfeil ausgerichtet. Hab der das gesehen? So, ähm, da hätte ich gerne mit Größeres. Ich habe unendlich Türme aus. Gerade hatte ich nicht unendlich. Glaube ich. Aber das ist auch nicht nur ein normaler Kampf. Ich habe nichts dagegen. So, ich könnte einen Rhinocerust einschießen. Aber in der Entfernung... Ja, super. Ich könnte mit einer Basica auf die losgehen eigentlich, ne? Du musst doch eigentlich auch genug abziehen, oder? Das war riskant, was ich hier mache. Mit einer Granate, vielleicht. Hier, nimm das. Jetzt ran weg. Ich habe was, hat ihn getötet. Nein, verdammt. Oh, die bringen den um. Hab ich Wurmwahl? So, ich muss da jetzt was bauen, um irgendwie Verteidigung zu stärken. Keine Ahnung. Oder zu verändern, die auf den losgehen. Wo geht der hin? Das sind ganz schön viele. Boah, du gehst jetzt auf, wen auch immer ich da hinten hingeschickt habe. Hin. Oh, nee. Geh wieder andersrum. Ja, du gehst jetzt schon nicht so voll auf ihn los, ne? Den kannst du nebenlenken treffen, ey. Oh, es steht auch mal in Festung oder irgendwie sowas. Nein, du Pisa. Du Pisa. Okay, der geht daneben, oder? Oh. Oh. Der war knapp. Ich glaube, da irgendwo da oben ist vielleicht eine Waffenkiste. Machen wir erstmal was. Oh, eine Burg. Ich habe noch einen Kühlschrankwerfer. Super. Ja, dann mache ich mal Wurmbar, glaube ich. Mena wächst zu bewegen oder den Typen da zu finishen. Wo soll ich zur Sicherheit hin gleich? Ja, ich versuche irgendwie einen Fluchtweg hier zu finden. Ihr frisst das. Aber das war nur 30 Sekunden, glaube ich. Okay, der ist wesentlich weg. Ja, jetzt hat er 50 abgezogen, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. So, einer haben wir erledigt. Wunderbar. Ne Ahnung, die war da lang. Du bist, ich komme dir nicht zu nahe. Okay, die brauchen noch Schirme. Oh, ist ja eine Kiste. Da. Ich habe ein Jetpack oder irgendwie sowas. Eine Granate. Geht aber nicht auf den. Pingpong. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Glück. Also, die Gegner immer einfacher werden. machen wir noch mal ein jetpack und gucken wir mal da oben ist wohl das auch irgendwie was das ist wert da ja da habe ich mir bekommen man auf mann der ok und die eingesetzt glaube ich ich kann auch noch mal sicher hallo wird okay soll es irgendwann bauen noch hallo wo die vögel zwischen draußen vielleicht treffe ich ja okay ist gut da sind wir sicherer oben auf dem dach die großen länger die baue ich lieber hier jetzt müssen sie nur ein turm kaputt mann reise ist weg zurück in die lomika nach auf uns los die weg 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 explodiert explodiert war ihr könnt nicht mehr einschätzen glaube ich so da brauche ich will oder da keine ahnung irgendwo so hab dich müsste ich dort treffen mit dem verdammten dinge strategiert mir gar nicht so schlecht gefallen nein das hat er nicht getötet mich satten für den willkürlicher schaden jetzt ist er dran der macht uns fertig das ist doch stabil hier aus oder prima zwei türmen und dann noch dickes ist doch kein angriff hier aber die machen irgendwie nicht jetzt gehen sie auf den turm los super kann ich mich da irgendwie absichern noch falsche richtung da das leben alle über das auch hat kann ich mich noch irgendwie absichern falls der ton weg hier kaputt geht nein ich habe nur noch ein so jetzt kann das sogar er kann nicht warum ist nicht da und nicht verbunden man soll dann noch mal folgendes noch ein stück selbst tot oder normalerweise verschwinden die ap wenn die tot sind ok wie im namen des allerhöchsten der hat überlebt darf doch einfach nicht wahr sein das ist sehr interessant toll ich habe ich habe mich überhaupt nicht abgesichert so hat die beiden sich nicht mann online auch gut somit sind die so langweilig um nutzen nur granaten und bazookas langweilig ich glaube ich erstmal fest und kaputt und dann baue ich überall hier die sieges punkte auf das war knapp aber mehr auch nicht ich brauche euch eine festung mitten in your face nein ist so ein schraubschlüssel dingen also eine kiste mit weil ich gebäude reparieren oder irgendwie wort cool story ja so wird so im mongolen die sind irgendwie eine richtige enttäuschung als gegner bis jetzt so noch ein türmchen so wenn du wirst jetzt auch noch überlebt oder so meine güte und den koppauwerk so zwei schon mal erledigt jetzt 15 ab ist klar war gerade 4 wie schade teakies mit und tahiti oder was weiß ich und du warst jetzt nicht da ein hände da mache ich den einfach gut ja ne aber da kann ich nichts bauen in der nächsten hunde du dreck warum baut die türen überhaupt hier sowieso nicht ne macht er nicht jetzt will ich zur anderen seite rennen und da weiter bauen super achte sowieso nicht doch verdammt aber kein volltreffer ja kann er ab er kommt sogar dran rache das irgendwo wird bauen da nichts bringt ich habe dann eine reihe gebaut aber wie nennt man noch mal solche gärten einfach nur japanische garten oder so jetzt erwische ich den teil da nicht du mich auch na bringt nix weiß ich nicht mehr was kommt wird da bestimmt nicht viel abziehen ich habe das gefühl doch okay ausgezeichnet kann ich aber nur in einem paar schaffen wenn ich mich beeile in einem etwas längeren mal auf mit dem dreck ich komme immer näher und ihr könnt nix dagegen tun man ich habe jetzt da leicht mit meiner burg und reist da alles ab so gefühl ich habe nicht genug waffen um das kaputt zauern ding so die festung ich glaube ich habe trieb okay und also wird wird sich ja nicht wie viele abzieht das ist unnormal wie gut die art schaffen das ist unnormal wie gut die art schützen können so wer muss jetzt dran glauben das ist unnormal wie gut die art schützen können wenn ich das kaputt mache dann geht das da hinten auch kaputt ja mach mal den kalt verdammt sagt mach mal den kalt verdammt jetzt habe ich die beiden dinger getroffen das ding hat ich überhaupt nicht treffen muss ich habe sogar beinahe erledigt gibt es doch nicht er wollte jetzt nicht treffen danke da ist nur einer da ist nur einer und näher da hinten ist auch noch einer ist zu weit weg das ist viel zu weit weg jetzt bauen sie ja nur ein turm des dingens des sieges ich habe wunderbar um die notieren wollen können wo wir haben auch unendlich viel und es macht einfach aus nach hier weg damit jetzt mitten in my face ich bin ja ganz treffen würde dann wird das sterben geht doch nicht nur auf den los hier gehen irgendwie nur auf den los kann es sein jetzt gibt es eine fresse welche wass und vernichtungswaffen könnte ich ihn jetzt einsetzen war mal rein auf die festung ich glaube jeder einzelne hat getroffen ausgezeichnet schön auf das ding sehr schön jetzt wieder auf pingpong natürlich jetzt haben wir dabei baute ich weiß das ding jetzt einfach ab dann fliegt hier alles in der luft darauf freue ich mich da kommen wir weg mongolen sind nicht so eine herausforderung jetzt ja auch nicht so ein geschichts aber für dem was ich gehört habe sollen die mongolen doch hier natürlich schwierigkeiten gebracht haben dann sehe ich irgendwie nix okay die waren jetzt einen einzigen wurm die ganze zeit zu aber was soll es ja und pingpong ist tot ja besser okay gut wie kannst du es wagen dass mein ding wenn er mal fängt schule nur den kaputt machst ich weiß gar nicht ob ich da was hinbauen sollte kommen wahrscheinlich jetzt wieder voll in die quere was haben wir denn noch schönes ich habe noch so ein teil grenzt jetzt wahrscheinlich genau dagegen ja ich wusste es du setzt sich schwer kraft außer kraft vor die randale und zwar eigentlich das ding ja angreifen aber zahlt los geht auf die festung ein paar schläge doch verdammt sehr schön gleich direkt da reingehen wieder es kommt damit eine zitadelle gleich rein pingpong mit aber leben jetzt hier in die ganze zeit auf dich machen wieso ich glaube nach denen sein zu manchmal schnitt auch ne es geht ja wieder erst ein und baut bad ich mache das ding als nächstes kalt kann ich auch die ap von den dinger sehen er ist select tut nix ja auch damit ja tor montiert und weiter was machst du noch weiter überlebt pingpong noch ein zug aber er schafft hat er war sehr schön da möchte jemand schnitt und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play warms fort und ich bedanke mich für zuschauer und sagt tschüss